Hallo allerseits! Hier findet ihr einen weiteren Beitrag von Autodoc Video-Tutorials zum Ersetzen von Autoteilen. Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie nie wieder ein Video verpassen. Jede Woche posten wir neue Videos. 40. Entspannet ihr eine Befestigungsschauung und untertiteltet. 41. Entspannchen Sie die Ratschenschlüssel. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. AUTODOC empfiehlt, dass ein N den Like-Button und teilt es mit euren Freunden. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.